Auf der richtigen Seite konnte hier gerade eben seine erste 13er Zeit fahren mit der 1394 auf 156 Sachen. Jetzt hat er Platz Nummer 41. Die Starterliste wird immer länger. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, waren es 143. Und jetzt sind wir hier schon fast bei 150. Nicht nur die Starterliste, auch wenn ich das Publikum ansehe, es sind 3er, 4er, 5er.